Sankatasana, die verschränkte, zusammengezogene Stellung. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Stehhaltung, Tadasana. Von hier beuge die Knie etwas und winde dann ein Bein um das andere, wie in Gaudasana in der Adlerstellung. Strecke die Arme nach vorne und gib die Handflächen zusammen. Und jetzt beuge dem Knie noch weiter, bis du idealerweise die Oberschenkel parallel zum Boden bekommst. Damit wird Gleichgewicht und Kraft der Beine intensiv gefördert. Sankata heißt eng und zusammengezogen, heißt auch schwierig. Aber das heißt insbesondere, dass die Beine verschränkt sind und du dabei das Gleichgewicht kultivierst.